Ich möchte Ihnen am 15. März erzählen, wie wir bei Magna International Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Praxis umsetzen. Die Auswirkungen für unsere Teams und Organisationen ist, dass wir immer mehr Self-Learning-Robots und selbstlernende Abläufe haben, da man durch die vielen Varianten nicht mehr die Möglichkeit hat, alles genau zu wissen. Ohne Big Data und ohne Unterstützung der Computer ist es praktisch nicht mehr möglich, ein Auto zu bauen. Die Standards spielen bei uns eine große Rolle, vor allem beim Thema Security. Die Datensicherheit zwischen den einzelnen Anlagen und den Computern ist extrem wichtig, da wenn bei uns eine Anlage oder ein Computer steht, sofort die gesamte Produktion stehen würde und das sehr hohe Ausfallskosten nach sich ziehen würde. Ich will Ihnen am 15. März einen kurzen Einblick geben, wie wir bei Magna International das Thema Industrie 4.0 und die dazugehörigen Standards umsetzen.